Ja, moin und herzlich willkommen hier zu einer kleinen Ankündigung. Ja, ich liege im Bett. So kann man mich besser sehen. Ja, ich wollte ein bisschen was sagen, dass wir jetzt erstmal für eine Woche nichts machen. Oder ich versuche noch dieses Ernte-Video da zusammen zu kritzeln. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie hin. Aber LX17 Series Plus Videos werden jetzt erstmal bis nächste Woche Freitag nicht kommen. Es liegt daran, ich kriege nur einen PC. Ja, ich erzähle das jetzt alles. OBS, alles gut, ich muss nämlich LX17, OBS, alles TS, Internet. Oh, eins muss ich tot. Und rup mogen die ganzen Mods und hast die in der Gifte, nicht? Und das dauert natürlich Zeit. Ich kriege den erst Freitag. Ob das nun feststeht, wissen wir noch nicht. Ja, mit dieser alten Kasten, da würde ich noch nicht streamen. Klar, es sind mal wieder sechs Leute, acht Leute gestern da gewesen. Aber dann seid ihr weg. Dann seid ihr weg, dann sind nur noch zwei Leute da. Was soll ich mir denn noch eine Stunde, anderthalb anfragen, wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe? Ja, am 23.07 fange ich an zu lernen, Leute. Dann habe ich sowieso fast keine Zeit, um Videos zu machen. Ja, es ist traurig, klar. Aber ich muss irgendwann auch mal lernen, irgendwas machen, arbeiten, etc. Ich kann ja, wenn ich auch auf dem Feld bin, vielleicht habe ich bis dahin... Ich mache morgen Vorprüfung für den Dreherführerschein. Das Video wird jetzt gleich noch rauskommen, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich beim Pflügen oder was weiß ich, mache ich dann nochmal einen Stream oder was. Das kann sein, aber ich weiß es nicht. Jetzt von diesem alten Kasten will ich keinen LX17 streamen. LS19 habe ich mir gestern auch vorbestellt. Ja, dass ihr das alles wisst. Also ich kriege nächsten Wochen, Freitag steht noch nicht fest, aber ich kriege einen PC. Ja, ich kriege ihn auf jeden Fall, aber der Sohn schafft keine Ahnung. Aber mit diesem alten Lappen, das wird nichts. Ja, dass ihr das wisst, ich muss da alles drauf machen. Auch mit der Kamera wieder OBS einstellen, alles was ich da... Ich würde mir tausend Fotos machen müssen. Na, weil ihr habt keinen Bock immer Reni zu fragen. Reni, wie kannst du das mal machen? So wird das wohl sein. Ich weiß es nicht, aber... Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann nächste Woche Freitag... Nicht, dass hier jetzt alle die Abos freikassieren. Nein, mein Kanal bleibt noch da. Aber ich mache jetzt erstmal eine Auszeit, ich mache nächstes Wochen ein Video. Ja, kein Problem, ob du nur in Real Life oder... Euren Untersehen noch mit dem alten Kasten ein Video machen soll. Von mir aus, ihr könnt das in den Kommentaren schreiben, unten. Ähm... Aber Leute, ich sehe, dass YouTube das macht. Wenn Leute inaktiv sind, nehmen sie die Abos weg. Ja, jetzt habe ich wieder 666. Ich habe schon eine 669 Gab. Oder 670. Ist noch 60 Gab. Wir wollten eigentlich bis 2.000 Euro schaffen. Wo haben wir sie? Nichts. Ja. Ich bin müde. Ja. Ich fordere einen, ich bin jetzt nicht am PC. Nein, ich liege im Bett und gucke Fernsehen. Ich will mal eine Vorprüfung für Trägerführer machen, weil ich das habe. Gucke, dass ich das nächste Woche Prüfung und Theorie habe. Dann zwei Wochen weiter, habe ich die Praxis fertig. Dann habe ich meinen Tee. Dann habe ich mir Trägerführer auf der Straße. Hoffentlich. Aber jetzt kommt die ganze Scheiß-Erne dazwischen. Ob ich dann noch Praxis machen kann. Ich hoffe. Sonst muss er halt mit seinem Nachbar sein Deutzer fahren. Mit 8 Tonnen oder was. Mir egal. Oh Leute. 4 Minuten haben wir wieder gelabert. Ich wollte euch das eigentlich nur kurz sagen. Nicht, dass ihr gleich wieder ein Dislike oder ein D-Abo reinknallt. Nein, mein Kanal bleibt noch. Aber jetzt eine Woche inaktiv. Ja. Sonst waren wir immer aktiv. Ich werde mit dem neuen Kasten, wenn ich aktiv streamen. Ja, auf jeden Fall. Ob der nun das noch leckt oder nicht. Keine Ahnung. Weil mein kleiner Bruder wird meine Lappen haben. Und mein großer Bruder hat ja auch seinen Lappen da oben. Dann werde ich mit denen abgeschnacken. PS4 wird offline sein. Auch mit dem Kasten. Also mit dem Internetkasten. Und nicht mehr verbunden sein. Und so. Dass wir den Internetkasten haben. Dass wir es tun können. Ja, mein kleiner Bruder wird sowieso kein. Bestimmungsprogramm oder so. Dann werden nämlich mal der. Ne. Einstellend da sein. Da habe ich keine Macht drauf. So Leute. Lassen. Dings da. Lassen ein Abo. Teilen wir meinen Kanal weiter. Weil ich teilt gar nicht. Das kann ich alles sehen. Und ich wollte es halt nur kurz ankündigen. Und dann. Munter. Auf Wiedersehen.